Es ist ein Lied geschrieben 1943. Es stammt aus einem russischen Kriegshilm, Two Soldiers. Er freut sich sehr großer Bekanntheit in Russland. Es handelt von einem jungen Soldaten, der seine Frau und sein Kind vermisst, an sie denkt. Und er danke für ihre Liebe, die ihm hilft, durch diese schwere Situation durchzukommen. Das Lied heißt Dark Nights, Dunkle Nacht, John Mayer Natsch. Das Lied. 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 Musik 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 Musik